Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Start in diese Woche. Vor allem, wenn es so wundervoll sonnig draußen ist. Wir haben einige News für euch. Nicht so viel, aber wir gucken uns eher den Markt ein kleines bisschen an. Sehr, sehr interessant, was auf den Charts passiert. Vor allem, wir haben da eine extreme Stauchung zwischen den 50er und den 100er. Im Weekly vor allem. Wenn wir den 21-Tage-Moving-Average noch mit reinnehmen, passieren da sehr, sehr interessante Sachen. Und es sieht wirklich danach aus, dass wir bald einen Ausbruch sehen müssen. In irgendeiner Richtung muss das Ding ja langsam sich bewegen. Der hält uns ja die ganze Zeit ein bisschen an einer langen Leine. Eine kurze Leine, beziehungsweise. Müssen wir abwarten. Wir haben gestern im Livestream besprochen gehabt, da haben einige gefragt gehabt, was jetzt eigentlich los ist. Es sollen einige Cardanos geburned werden. Ist da was Wahres dran? Das gucken wir uns mal an. Ein weiteres Land hat jetzt einen Antrag gestellt in der Regierung, dass sie nicht nur Bitcoin, sondern Kryptowährungen, legales Zahlungsmittel in ihrem Land machen. Schauen wir uns das mal Ganze an. Schauen wir uns das mal Ganze an. Ja, schauen wir uns das mal Ganze an. So, was macht der Markt? Wir sind auf jeden Fall unter die 42.000er Marke gekommen. Einige Kryptos sind gut nach oben gegangen, was sich hier manifestiert in dem Abfall der Bitcoin-Dominanz. Wir halten uns aber trotzdem noch hier über der 1,8 Billionen Marke. Kommen langsam in die Nähe zu der 1,9 Billionen Marke. Gut und interessant, dass das passiert. Sonst ist jetzt nichts Außergewöhnliches passiert seit gestern, seit wir den Livestream gemacht haben. Daher schwingen wir gleich mal rüber zu den News. Drückt einmal auf den Like-Button, wenn ihr mögt, was ihr hier seht. Okay. Wir sind hier auf ein sehr interessantes Video der Zentralbanken gestoßen, wie sie versuchen, mit den Erhöhungen der Leitzinsen die Inflation aufzuhalten. Super, super interessant. Geheimes Material, Leute. Schaut euch das an. Ja, so geht das. Oh, nee. Was ist jetzt passiert? Die haben die Zentralbanken mal so richtig hochgelaufen mit diesem Video. Ihr wisst ja, ich will immer ein bisschen Humor starten. Aber gut, gucken wir uns mal an. Der malaysianische Minister für Kommunikation hat einen Antrag in der Regierung gestellt, dass Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin wird hier gesagt, offizielles Zahlungsmittel werden. Sie sagen hier, die wollen in einen aufstrebenden Markt wie dem Kryptomarkt hineinkommen und Unterstützung bieten, dass sie damit in der Entwicklung helfen können. Ich denke mal, das, was sie wirklich damit meinen, ist, ja, legalisieren wir das Ganze, damit wir Steuern draufhauen können. Aber nichtsdestotrotz ein gutes Zeichen, beziehungsweise in Richtung Adoption. Schauen wir uns mal an, was haben wir hier. Quincy von CoinClub Crypto. Der hat einen YouTube-Channel CoinClub Crypto. Der hat hier auf eine Sache hingewiesen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und er sagt halt, die meisten Retail-Investoren, die verstehen nicht, dass die D-Apps, die Centralized Applications, die kommen werden, den Unterschied ausmachen werden. Und er sagt, dass die D-Apps ein Volumen innerhalb von einem Tag haben werden, wie wahrscheinlich ein Retail-Investor in seinem ganzen Leben niemals erreichen kann. Und die werden die Retail-Investoren 1 zu 10 outperformen. Und hier macht er weiter mit deinem Fred und sagt hier, stellt euch mal vor, wie viele Accounts ihr habt. Auf wie vielen Webseiten, auf wie vielen Gaming-Plattformen, wie viele Abonments ihr habt, wie viele E-Mail-Accounts, Cloud-Hosting, Social Medias. Und er hat gesagt, und das Ganze könnt ihr euch jetzt auch auf der Blockchain vorstellen. Und dann habt ihr eine Idee davon, wie krass das Volumen sein wird. Und wenn wir erstmal wahrhaftige Adoption haben werden über die Apps, in welche Richtung das gehen kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Er ist ein Entwickler für XDC, für Corda. Und ich finde das super, super interessant, was er hier angesprochen hat. Und das stimmt. Das ist wahrhaftig so, sobald diese ganzen Applications kommen werden, beziehungsweise Decentralized Applications, aufbauend auf einer Blockchain. Ich will gar nicht wissen, wie die Use Cases durch die Decke gehen werden und wie die Volumina durch die Decke springen werden und sich das letztendlich auch auf die Preise auswirkt und, dass es dann für stabilere Preise sorgt auf einem höheren Niveau, was es schwerer macht, für Wale halt die Preise dann zu manipulieren. Sehr, sehr interessante Ansicht, die er hier hat. Gucken wir uns mal an, was Charles Hoskinson hier dazu gepostet hat. Also es ist reinster Schwachsinn mit diesen Token-Burns von Cardano. Sowas gibt es nicht. Es sind einfach mal wieder irgendwelche Fake News. Und die gibt es leider zu Cardano viel zu oft. Also es gibt irgendwelche Menschen, irgendwelche Konkurrenten, wer sie auch immer sein mögen, die hauen permanent irgendwelche Fake News zu Cardano raus. Ist auf jeden Fall ein Zeichen für mich, dass Cardano so einigen anderen Blockchains sehr, sehr gefährlich wird. Ja, darum wollen sie es immer wieder schlecht reden, immer wieder solche Fake News. Das würden sie nicht machen, wenn sie keine Gefahr in Cardano sehen würden. Nur meine simple Meinung dazu. Was haben wir hier? Rekus, so heißt er wahrscheinlich. Der hat hier einen Chart präsentiert mit einem Apex und MFI Indicator. Das geht hier darum, dass das Volumen im Verhältnis zum Preis hier dargestellt wird. Und wie wir hier sehen können, haben wir das letzte Mal, wo wir uns hier 2021 beziehungsweise Ende 2019 befunden haben, einen ähnlichen Verlauf gehabt, so wie wir es jetzt hatten, bevor wir diesen starken Ausbruch gesehen haben. Wie ihr sehen könnt, passt die Zeitspanne von 280 Tagen auch genauso überein, wo wir jetzt sind, mit der Kreuzung des 9er EMAs. Schaut euch das an, wir haben genau den gleichen Verlauf, wie wir es da hatten. Mit der Kreuzung des 9er EMAs mit dem MFI, genau auch wie hier. Was kann also kommen? Bleiben wir gespannt. So, wenn wir uns mal Bitcoin angucken. Es ist ja mit dem bloßen Auge zu erkennen, was für eine krasse Stauchung wir schon haben. Nimmen wir den 50 Tage Moving Average dazu, haben wir eine sehr interessante Entwicklung. Schaut euch das mal an. Wir haben eindeutig Support gefunden am 50 Tage Moving Average. Schaut euch das mal an, wir sind nach oben, Support hoch, runter gekracht, Support, Support. Das ist sehr, sehr interessant. Und ihr wisst, der 21 Tage Moving Average ist auch sehr wichtig. Und schaut euch das mal an. Schaut euch an, was wir hier gerade machen. Die befinden sich auf der gleichen Ebene. Und ich möchte hier auf eine Kleinigkeit hinweisen, wenn wir uns die Entwicklung mal angucken, wie die Charts hier gerade sich bewegen und schauen, auf welche Art und Weise sie sich kreuzen. Hier haben sie sich einmal gekreuzt und jetzt kreuzen sie sich zum zweiten Mal. Und was passiert immer, wenn sowas vonstatten geht. Passt mal auf, das letzte Mal hatten wir das hier. Was ist danach passiert? Kreuzung, nochmal Kreuzung. Was ist da passiert in der Phase? Schöner, starker Anstieg. Oftmals, nicht immer, aber oftmals signalisiert das einen sehr, sehr starken Anstieg. Schaut euch das mal an. Was haben wir hier gehabt? Kreuzung, nochmal Kreuzung. Schöner, starker Anstieg nach oben. Passiert das jetzt auch? Abwarten. Es sieht auf jeden Fall alles danach aus. Wenn wir auf den Weekly gehen, was natürlich eine wesentlich höhere Aussagekraft hat. Gucken wir uns das mal an. Auch hier eine Kreuzung, hier ganz oben. Welches auch diesen oberen Balken hier markiert. Diese starke Resistance, die wir brechen wollen. Wenn wir die Einladung dazu nehmen, repräsentiert es hier den Bereich des unteren Balkens. Hier immer noch keine signifikante Entwicklung in irgendeine Richtung der beiden. Gehen wir mal auf den Monatschart, was eine sehr hohe Aussagekraft hat. Und nehmen wir mal die 50 Tage Moving Average raus und holen uns den 21er und den 13er Moving Average rein. Wie wir sehen können, haben wir hier auch eine gute, schöne Stauchung in diesem Bereich. Wir sind weit über den 21er Moving Average, was ein gutes Zeichen ist, dass wir da einen schönen Pullback nach oben gesehen haben. Jetzt heißt es, diese Bereiche hier zu brechen. Und das ist wichtig. Wir müssen diese 46.000er Marke brechen. Und es könnte sein, dass wir das schon bald sehen werden. Ich gehe mal nochmal auf den Daily zurück und nehme mal den 50er und den 100er mit rein. Und jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist schon krass, oder? Also das ist doch schon krass. Wir haben bei den 50 Tage Moving Average und den 100er Tage Moving Average. Schaut euch diese Stauchung mal an. Während sich das Triangle hier komplett staucht. Und wir genau in diesen Bereichen zwischen der 51er und der 50er Moving Average befinden, ist das eine sehr, sehr interessante Phase. Eine sehr interessante Phase, Leute. Und wie ihr sehen könnt, werden wir auf jeden Fall einen Ausbruch in einer Richtung bald erleben. Jetzt kommen natürlich die ganzen Theorien. Kommt noch einmal die Korrektur, noch eine stärkere Korrektur, um die ganzen schwächeren Trader aus dem Markt zu schwemmen. Und dann geht es nach oben. Springen wir von hier aus direkt nach oben. Fragt sich einfach, in welche Richtung es gehen wird. Und ihr wisst, ich mag es da nicht zu spekulieren. Darum haben wir uns die Indikatoren gesetzt. Und wir wissen, wir warten auf diesen Bereich. Ob es jetzt nochmal runter geht und dorthin. Ob es direkt hier ansteigt und dorthin geht. Ist eigentlich unwichtig für uns. Für uns ist es nur wichtig, dass wir dorthin gehen. Weil das ein sehr signifikanter und wichtiger Bereich ist. Wenn wir noch einmal auf den Trading View Chart gehen. Dann sehen wir auch hier. Hier hat die Dominanz halt nicht so stark nachgelassen. Nach diesen Berechnungen, wie bei CoinMarketCap. Hier befinden wir uns immer noch über der 42%iger Marke. Sogar noch in der Nähe der 43%iger Marke. Wir haben beim CoinMarketCap sind wir da schon unter der 42% gekommen. Was ich hier interessant fand ist, wenn wir uns die Fibonacci Ameribans mit reinnehmen. Und ich zoome mal diesen Bereich, den wir in den letzten Tagen haben, mal rein. Ist das sehr, sehr interessant zu sehen, was wir hier machen. Schaut euch das mal an. Wir haben hier die 89er Fibonacci Ameribans. Einmal, zweimal angetestet, sind runter. Sind in die Bereiche gekommen, wieder runtergerasselt. Hoch auf die 144er genau. Runtergerasselt. Leichten Support gefunden auf der 89er. Komplett runter. Alle unteren bis zu 13er nach unten gebrochen. Und jetzt schaut mal an, was wir hier machen. Wir sind hier schön wieder hoch. Haben wieder Resistance bei der 89er gefunden. Haben uns bei der 55er kurz gehalten. Sind stark runtergequick auf die 21er und halten uns jetzt wieder über die 55er. Auch hier sind wir zwischen den 55er und den 89er Moving Average. Fibonacci EMA Ribbons beziehungsweise. Interessant auch aus dieser Perspektive zu sehen, wo wir uns befinden. Wie die Charts sich einfach wieder an bestimmte Muster immer wieder halten. Aber sehr, sehr interessant. Gucken wir uns mal an, was der DAX gemacht hat. Der DAX hat eigentlich wieder positiv gestartet. Ist hier schön hoch. Macht seinen V-Bottom weiterhin alle Ehre und geht in diese Richtung. Hat positiv gestartet. Ich habe eigentlich gedacht, wir würden negativ starten. Ein bisschen weiter hier unten. Dass über Wochenende eine Verkaufsaufträge rausgehauen wurden. Aber das ist nicht passiert. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie der Dow Jones sich entwickelt. Die globale Wirtschaft kann sich aber sehr, sehr schnell drehen zu den Zeiten. Ihr wisst ja, was für eine unangenehme Zeit wir gerade durchmachen weltweit. Aber ja, gucken wir mal. Wir können uns nur zurücklehnen, Tee trinken und abwarten und reagieren, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in diese Woche. Und Crypto Heroes Art, Leute.